Musik Ho ho ho! Huch, jetzt ist er weg! Aber wegen sowas lassen wir uns ja nicht die Laune verderben, Kinder, oder? Was habt ihr denn Schönes für mich gemalt? Mann, ich bin schon ganz aufgeregt! Wann? Wie? Ich verstehe kein Wort! Zum Glück habe ich für einige Zeit diesen Apparat hier entwickelt. Er kann machen, dass man Dinge besser begreift. Man muss einfach nur diesen Zettel hier eingeben und dann... Das ist also an! Nee, eigentlich habe ich nur noch den Zettel gemalt, was für uns zu Weihnachten... Und der nächste? Das ist Frank! Na sag mal, du siehst ja aus wie ein Auto! Schon wieder falsch! Setz dir mal deine Radkappe richtig auf! Der versteht's nicht! Auf den Zetteln stehen unsere Wünsche! Ach so! Das ist mir schon klar! Max wünscht sich einen Schlitten! Ja! Ich glaube, jetzt hat er's! Und da ist er auch schon! Ja! 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 Mit dem weißen Fäustling? Ja! 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 Stopp! Umarme den Feind! Genau, jetzt lass doch mal den Paketboten in Ruhe! Ich bin der Weihnachtsmann, hier spielt die Musik und den Schlitten habe ich doch für dich bestellt online. Haben Sie gehört, Herr Sandmann? Sehen Sie selbst, das Bestellfenster ist noch offen. Na Mensch, du, dann bestell ich mir auch noch schnell was. Mal gucken, ob er das auch am Angebot hat. Vielen Dank, eben noch auf den Tresen und jetzt steckt er ihn rein in den Zauberapparat. Ist das der Vorspann vom Schwarzen Kanal? Darauf antworte ich gar nicht. Wow, ist das Computerschrift? Das ist gestickt. Mein lieber Scholli, das war aber ganz schön aufwühlend. Ich denke, jetzt ist es erst mal Zeit für ein bisschen Besinnlichkeit. Zwo, drei, vier. Keine Pause. Aber das Lied ist doch noch gar nicht zu Ende. Dafür euch zwei Hosen mal zu schuhen. Ich bin nicht müde. Stopp, wartet mal. Eine Überraschung habe ich ja wirklich für euch. Oh nee, das brennt doch immer so. Stark, oder? Na toll. Auf welchem Wunschzettel standen das? Die Party geht doch gerade erst los. Echt mal. Tschüssi. Und jetzt ab in die Furzmolle. Ja, Mutter. Gut, Leute, dann sage ich auch schon mal jetzt Nächte. Ich hätte heute sowieso nichts trinken können. Ich mache gerade Detox. Tschüss, komm gut heim. Sag mal, was ist denn jetzt eigentlich mit deinem Schlitten? Och, nicht weinen jetzt. Am nächsten Jahr wird alles besser. Das klopst aber auch nur du. Sanktmann Lieber Sanktmann Es ist noch nicht so weit bis jetzt ist es Und wir haben uns